Musik Jo yeah und willkommen bei einer ganz kurzen Aktion die jetzt aber von mir ausgerufen wird und zwar haben wir den 22.12.16 und was steht vor der Tür? Heiligabend und der andere Kram und auch da möchte ich ein paar Kleinigkeiten verschenken in SW-Tor doch ja was muss man dafür tun? Ich habe mir gedacht dass ich am Ende unter den Personen auswähle die am meisten in den Tagen jetzt bis dorthin also zwei Tage am meisten ausgefallen sind sprich liken, kommentieren, bringt euch nach ganz oben und warum lade ich das so kurz davor hoch denn ich möchte erst recht die aktiven Abonnenten hier ansprechen und nicht die die nach drei Wochen vielleicht erst das Video anschauen deswegen wer jetzt dieses Video schaut der hat natürlich einen Vorteil das ist ja auch der Grund daran und zeigt auch etwas an der Aktivität und ja ich würde sagen also diese Videos hier alle mal einfach mal anschauen oder Likes und vor allem Kommentare bringen euch ich hab mal so gesagt Pluspunkte dass ich euch auswähle und ja am Ende verschenke ich so mehrere Kleinigkeiten in SW-Tor was genau weiß ich noch nicht ich kaufe gleich ein paar kurzfristig irgendwelche Sachen die man so verschenken kann und ja ich würde sagen irgendein Hauptgewinn wird schon darunter sein ich denke mal eine super Kiste und ja am 24. sollte dann wieder ein Video rauskommen und dann würde ich mal sagen sorgt mal für ordentlich viel Aktivität bringt die Videos nach oben verbreitet sie das bringt natürlich auch viel weil ich das ja auch mitbekomme und jo dann würde ich sagen kommentiert abonniert liked alles und wir sehen uns im nächsten Part bis zum nächsten Mal Musik